Wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Ariel, der am 19. See auf die Welt kam, zeigte sich Victoria's Secret-Model Candice Svanipul in einem Bikini. Dass die 29-Jährige noch immer einen kleinen After-Baby-Bauch hat, sorgte für Aufregung in den sozialen Netzwerken. In einer Instagram-Story wehrte sie sich das Model nun gegen ihre Kritiker. Hinterfragt euch selbst. Das bin ich zwölf Tage, nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Wenn ihr etwas Schlechtes darüber sagen wollt, hinterfragt euch erst selbstständig. Die Gesellschaft kann so gemein zu anderen sein. Schönheitsideale sind heutzutage manchmal unmöglich umzusetzen für Frauen, stellt der VS-Engel klar. Svanipul ist stolz auf ihren Bauch. Ich habe das Recht einen kleinen Bauch zu haben. Ich bin tatsächlich stolz darauf. Ich habe meinen Sohn neun Monate darin herumgetragen. Ich denke, ich habe es verdient einen kleinen Bauch zu haben. Geht es darum, dass ich ein Model bin? Nun, wir sind auch nur normale Menschen, also lasst mich in Frieden den Strand genießen. Komma schreibt sie weiter. Candice Svanipul Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at Das könnte Sie auch interessieren. Red.Themen Instagram Candice Svanipul Wollt 頓